SWR 1 – Der Abend mit Stefanie Jakob Der King of Rock'n'Roll, Elvis, soll noch am Leben sein. Das ist eine Verschwörungstheorie, die sich hartnäckig hält. Der Tod von Elvis Presley sei inszeniert worden, weil dem Star der Ansturm seiner Fans zu viel war. Es gibt aber auch die Theorie, dass Elvis von Außerirdischen entführt worden sei. Es ist an sich so, wenn Prominente sterben, dann dauert es nicht lange, bis Verschwörungstheorien auftauchen. Vor allem in Zeiten des Internets verbreiten sich rasend schnell die wildesten Spekulationen. Auch bei Lady Diana, der Prinzessin der Herzen, wie man sie genannt hat, entspannen sich zahllose Theorien. Bis heute sind nicht alle davon überzeugt, dass sie tatsächlich bei einem Unfall starb. Aus London, unsere Korrespondentin Gabi Biesinger. The Prince and Princess of Wales, may they live happily ever after. Es war eine Märchenhochzeit, damals 1981. Aber aus dem ewigen Glück wurde nichts. Nach einem jahrelangen öffentlichen Trennungsdrama gab es die Scheidung für Charles und Diana. Ein paar Monate danach starb Diana mit ihrem geliebten Dodi Al-Fayette bei einem Unfall in einem Pariser Straßentunnel. Diana, Prinzessin der Schweiz, hat nach einem Auto-Krash in Paris. Ein bisschen viel Zufall, oder? Zehn Monate vor ihrem Tod hatte eine Boulevardzeitung in England einen angeblichen Brief von Diana gedruckt, in dem stand, Charles habe ihren Tod geplant, um wieder heiraten zu können. Sofort machten die wildesten Theorien die Runde. Charles habe in Gesellschaft einer Handvoll schwuler Höflinge von einem Hubschrauber aus Schüsse auf den Unfallwagen abgegeben, als der in den Tunnel raste. Eine Nummer kleiner, die Vermutung, Al-Qaida habe den Unfall verursacht. Sie wollten nicht, dass der Moslem Dodi Al-Fayette, die Christin Diana, heiratet. Einer, der wirklich und wahrhaftig davon überzeugt war und vermutlich noch ist, dass die Königsfamilie und der britische Geheimdienst hinter dem Unfall steckten, war Dodis Vater, Mohammed Al-Fayette. Prinz Philipp und Prinz Charles hätten den Mord in Auftrag gegeben, um Diana aus dem Weg zu schaffen, damit Charles seine Flamme Camilla heiraten konnte, schildert der BBC-Reporter die Gedanken von Mohammed Al-Fayette. Zehn Jahre lang kämpfte Al-Fayette vor diversen Gerichten darum, der Königsfamilie und den Behörden den Mord an Diana und Dodi nachzuweisen. Die britische Justiz investierte acht Millionen Pfund in eine Untersuchung des Unfalls, vernahm monatelang 250 Zeugen und kam 2008 zu dem Ergebnis, dass der Fahrer des Unfallwagens angetrunken war und die Kontrolle verlor auf der Flucht vor Paparazzi. Das Königshaus oder britische Behörden hätten nichts mit dem Tod von Diana zu tun, so das Gericht. Verschwörungstheoretiker hat das alles nicht überrascht. Sie wissen natürlich, dass offiziell alles getan wird, um Verschwörungen zu vertuschen. Und darum leben die Mythen um Dianas Tod fort. Am entspanntesten sind dabei vermutlich diejenigen, die glauben, dass Diana und Dodi in Wirklichkeit noch leben. Die glauben, das Unglück war gestellt mit Leichen aus dem Pariser Leichenschauhaus. Diana und Dodi wollten aussteigen und wohnen seitdem glücklich auf einer Tropeninsel zusammen mit Elvis und John Lennon. Es war eins der Abend. Verschwörungstheorien, das sind die Mythen von heute. 20 Prozent der Amerikaner zum Beispiel glauben laut einer Studie, Obama sei der Antichrist. Und für einige ist auch ganz klar, Elvis lebt und die Mondlandung, die gab's gar nicht. Dr. Thomas Gröter ist Arzt und Buchautor. Er lehrt allgemeine Psychologie und Methodenlehrer an der Universität Bamberg. Und er befasst sich seit langem mit Verschwörungstheorien. Eines seiner Bücher heißt Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer. Herr Gröter, welches ist denn Ihre absolute Lieblingsverschwörungstheorie? Meine Lieblingsverschwörungstheorie ist nach wie vor die Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt's nicht. Bielefeld gibt's nicht. Eine wunderschöne Verschwörung eigentlich, weil sie so ein bisschen zeigt, was man alles in einer Verschwörungstheorie unterbringen kann. Und wie man also plausibel auch den größten Unsinn noch in eine Verschwörungstheorie packt und das dann hinterher auch noch gut begründen kann. Und wenn man das alles gelesen hat, könnte man glatt glauben, tatsächlich, so könnte es sein. Wir werden auch später in der Sendung noch einen Beitrag hören über die Bielefeld-Verschwörungstheorie. Herr Gröter, dann lassen Sie uns mal eine Verschwörungstheorie basteln. Wir brauchen erstmal ein Thema. Wie kommen wir auf ein Thema? Ja, es gibt viele Dinge, die sich als Themen eignen. Man hat immer eigentlich einen Aufhänger, dass man sagt, also irgendein ungeklärtes Verbrechen. Es könnte sogar eine Naturkatastrophe sein, von der man sagt, das war vielleicht gar nicht die Natur, sondern das hat jemand ausgelöst. Und dann können wir sagen, ja, wer könnte denn das gewesen sein? Wer hätte also genügend Macht, sowas einmal zu begehen und zum anderen dann vollkommen zu vertuschen? Wenn wir also die Verdächtigen haben, dann haben wir natürlich auch gleich die Möglichkeit zu sagen, ja, also die müssen da schon gewesen sein. Und jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie sie das denn alles bewerkstelligt haben, ohne dass jemand drauf gekommen ist. Dann nehmen wir mal was ganz Abstruses. Also ich hatte vorhin im Internet gelesen, die Neandertaler sind nicht ausgestorben. Das ist auch so eine Verschwörungstheorie. Nehmen wir einmal an, die Neandertaler wären nicht ausgestorben, dann suchen wir als erstes jetzt mal Indizien dafür, dass es sie tatsächlich noch geben könnte. Dann können wir also sagen, ja, wenn die Neandertaler nicht ausgestorben sind, dann müssen sie ja eigentlich in der Geschichte irgendwo Spuren hinterlassen haben. Und dann sehen wir einfach mal nach und dann müssen wir also irgendwo, sagen wir mal, Sagengestalten zum Beispiel finden, die also besonders stark sind. Zum Beispiel Trolle kämen da in Frage in der nordischen Sage. Es kämen natürlich auch die Zwerge in Frage, die ja auch immer als besonders stark dargestellt werden, mit sehr groben Zügen, eben durchaus Neandertaler-artig. Und dann kann man sagen, ja, Moment mal, die Zwerge sollen ja hauptsächlich in Bergwerken gelebt haben. Und vielleicht haben die Neandertaler ja für die Menschen in Bergwerken gegraben. Die Neandertaler waren ja nun mal besonders stark. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, also wenn das so ist, kann es ja sein, dass die Neandertaler die ganze Zeit überlebt haben, im Wesentlichen in Höhlen. Man spricht ja bei den Vormenschen auch gerne von Höhlenmenschen. Und dann könnte man ja sagen, und wenn die tatsächlich in Höhlen überlebt haben, ja, gibt es denn heute noch Höhlen? Und dann kann man, Moment mal, ja, jede Stadt eigentlich, jede Großstadt ist absolut unterhüllt. Es gibt doch kaum eine Großstadt, sagen wir mal, die nicht ein ausgedehntes U-Bahn-Netz hätte. Oder die ein ausgedehntes Netz hätte von riesigen Abwasserleitungen, ja, vielleicht sogar viel zu großen Abwasserleitungen. In Rom gibt es Katakomben. Richtig. Warum sollte man in Rom Katakomben anlegen? Als Begräbnisstätten? Ja, warum will man denn unbedingt seine Toten unter die Erde schaffen zum Begraben? Nicht etwa auf dem Friedhof, wo man also nur ein kleines Grab ausheben müsste, sondern warum sollte man also anfangen, riesige unterirdische Gänge dafür auszuheben, sich also eine so Mordsmühe zu machen? Ja, und schon haben wir also eine fantastische Idee. Aha, die Neandertaler haben überlebt und in diesen riesigen Gangsystemen unter unseren Städten wohnen Neandertaler. Und manipulieren uns sicher auch noch in irgendeiner Form. Leuchtet alles ein. Dazu gleich mehr. Dr. Thomas Grüter von der Universität Bamberg. NSWR 1. Der Abend. Mit Stefanie Jakob. Bei mir im Studio jetzt Felix Hügel aus der SWR 1 Nachrichtenredaktion. Wir schauen nach Paris, nach dem Terroranschlag. Hollande hat gerade zur Nation gesprochen. Felix, welche Worte hat er gefunden? Was hat er genau gesagt? Der französische Präsident hat eine dreitägige Staatstrauer angekündigt, in der die Fahnen auf Halbmast wehen werden. Außerdem sollen morgen in Paris um 12 Uhr mittags die Menschen einen Moment innehalten. Die ganze Republik sei angegriffen worden, hat Hollande weiter gesagt, alle ihre Ideale. Er hat die Menschen aufgerufen, jetzt zusammenzuhalten und die Botschaft, der Freiheit werde weiter verbreitet und verteidigt, hat Hollande gesagt. In Paris und in einigen anderen Städten in Frankreich sind Tausende, ja Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. In Schweigemärschen haben sie der Zwölf Opfer des Anschlags auf die Satirezeitung gedacht. Vor der französischen Botschaft in Berlin, da legten hunderte Menschen Blumen nieder. Und auch im Internet, da gibt es mittlerweile eine Welle der Solidarität mit Charlie Hebdo, mit der Satirezeitung. Zum Beispiel unter dem Schlagwort, je suis Charlie, ich bin Charlie. Bei Twitter und bei Facebook, da geben sich auch viele Nutzer jetzt ein entsprechendes Profilbild. Weltweit hat der Anschlag für Entsetzen gesorgt. In vielen Äußerungen war von einem Anschlag auf die Pressefreiheit, auf die Demokratie und auf die westlichen Werte die Rede. Bundesinnenminister de Maizière, der warnt aber auch davor, den islamistischen Extremismus und den Terrorismus mit dem Islam gleichzusetzen. Die islamfeindliche Pegida-Bewegung, die sieht sich dagegen bestätigt. Und nach den mutmaßlich islamistischen Attentätern sucht die französische Polizei weiter. Sie hat die Bevölkerung um Hilfe gebeten und hofft so auf neue Hinweise. Felix Hügel aus der SWR-Nachrichtenredaktion. Mehr Informationen dann wieder in den SWR 1 Nachrichten. Über Verschwörungstheorien spreche ich mit dem Arzt und Autoren Dr. Thomas Grüte in SWR 1 der Abend. Wir haben uns ja eben schon eine Verschwörungstheorie zurechtgelegt, nämlich, dass die Neandertaler gar nicht ausgestorben sind, sondern eben noch unter uns sind, im wahrsten Sinne des Wortes, in Höhlen und unterirdischen Gängen. Herr Grüter, wenn ich jetzt diese Geschichte bekannt machen möchte, als Verschwörungstheoretiker unter die Leute bringen möchte, wie gehe ich da vor? Ich denke mal, dass in Zeiten des Internets das sicher einfacher ist als früher. Also verbreite ich die Theorie übers Internet oder wie mache ich das? Ja, heutzutage verbreiten sie eigentlich alles am besten über das Internet. Es war früher eigentlich nicht viel schwieriger. Wenn sie jetzt im Internet nachsehen, finden sie Unmengen von Verschwörungstheorien. Aber die meisten davon verbreiten sich eigentlich nicht. Also die haben eine minimale Anhängerzahl. Und sie halten sich eigentlich nur, weil diese Anhängerzahl eben auf der ganzen Welt, sagen wir mal, vielleicht zwei Dutzend Leute beträgt, die sich dann aber ständig darin bestärken. Und das haben sie früher natürlich auch gefunden. Nur da hat man das nicht gesehen. Da war das vielleicht irgendwo, sagen wir mal, ein Stammtisch, der seine eigene Verschwörungstheorie entwickelt. Haben sie nie gesehen. Heute sehen sie die Stammtische auch im Internet. Und deswegen kommt einem das so vor, als ob es mehr Verschwörungstheorien gibt. In Wahrheit sind sie nur besser sichtbar. Was zählt, sind eigentlich die Verschwörungstheorien, die sich verbreiten. Und das sind eigentlich nicht viel mehr als früher. Die Verschwörungstheorien, die sich verbreiten, müssen interessant sein. Sonst würde sie keiner lesen. Und sie müssen eine Gruppe betreffen, gegen die Vorurteile weit verbreitet sind. Von der man also annehmen würde, dass die wirklich zu schlimmsten Sachen fähig sind. In unserem Beispiel nehmen wir mal die Neandertaler. Die gehören nicht unbedingt dazu. Aber das ist als Beispiel deswegen gut geeignet, weil wir ja jetzt nun nicht irgendeiner Bekanntengruppe irgendwas anhängen wollen. Das wäre ja nicht nett. Nehmen wir also mal die Neandertaler und sagen, meine Güte, die Neandertaler haben damals versucht, die Menschen auszurütten. Aber die Menschen haben gewonnen. So, jetzt sind die Neandertaler damit aber nicht zufrieden gewesen, sind sozusagen in den Untergrund gegangen und versuchen jetzt von da aus ständig die Menschen zu manipulieren. Sie haben es sogar geschafft, den Menschen klarzumachen, dass es sie gar nicht mehr gibt. Was ja eigentlich ideal ist, um eine Verschwörung durchzuziehen. Wenn ich mir das überlege, warum entstehen denn überhaupt wirklich teilweise absurde oder absurd anmutende Verschwörungstheorien? Beispiel, die Mondlandung hat es nie gegeben. Das Ganze wurde in einem Filmstudio gemacht oder ganz aktuell Ebola ist gezielt verbreitet worden als perfide Form der Geburtenkontrolle. Wie entsteht sowas? Ja, normalerweise ist es so, jetzt bei der Mondlandung habe ich eigentlich kaum Leute gesehen, die tatsächlich glauben, dass das in einem Filmstudio entstanden ist. Das Ganze ist nur so skurril, dass man es immer gerne als Beispiel nimmt. Das wird viel zitiert, aber wenn Sie mal fragen, wer das tatsächlich glaubt, dann ist das doch eine verschwindend geringe Minderheit. Viel häufiger sind Verschwörungstheorien, zum Beispiel gegen die Juden, kann sie über das ganze Mittelalter, auch über die Neuzeit noch verfolgen, weil die Juden eben als Gruppe immer sichtbar waren und sich relativ weitgehend abgeschlossen haben, sodass man also nicht wusste, was im Inneren vorgeht. Man hatte also eine Gruppe, die zwar sichtbar war, aber von der man nicht genau wusste, was sie so treibt, vor der man aber in gewisser Weise ein bisschen Angst hatte. Und solche Gruppen sind eigentlich ideal, um ihnen Verschwörungen anzuhängen. Es war einst der Abend. Verschwörungen funktionieren normalerweise so. Es gibt eine Sache, von der die Welt nichts wissen darf und das wollen die Verschwörer dann verschleiern. Das Elvis lebt zum Beispiel oder das abgestürzte UFO in den USA. Es gibt aber eine Verschwörungstheorie, die funktioniert genau andersherum. Dunkle Mächte versuchen uns davon zu überzeugen, dass es eine Stadt gibt, die eigentlich gar nicht existiert. Mein Kollege Christoph König über die berüchtigte Bielefeld-Verschwörung. Ich kann es heute nicht mehr für mich behalten. Ich muss endlich unter Einsatz meines Lebens an die Öffentlichkeit gehen. Die Menschheit muss aufgeklärt werden, schreibt der Informatiker Achim Held 1994 in einem Internetforum. Es begann ganz harmlos, als uns, einer kleinen Gruppe von Unerschrockenen, auffiel, dass zwar ab und zu mal von einer Stadt namens Bielefeld die Rede ist, aber keiner von uns jemanden kannte, der schon einmal dort war, geschweige denn selbst mal in Bielefeld war. Das brachte uns auf die Idee, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Das ist der Beginn der Bielefeld-Verschwörung. Inzwischen hat die Theorie viele Anhänger. Sie behaupten, es gebe eine Verschwörung mit dem Ziel, die Menschheit davon zu überzeugen, dass es eine Stadt gibt, die Bielefeld heißt. Dahinter stecken wahlweise der CIA, der Mossad oder sogar Außerirdische unter der Führung eines gewissen Ashtar-Scherern, die ihr Raumschiff als Universität Bielefeld getarnt haben. So geht das seit Jahren schon im Internet. Je größer der Ärger der Bielefelder Lokalpatrioten, umso größer der Spaß der Verschwörungsfans an immer neuen, absurden Theorien. Auch im Rathaus fand man die Witze anfangs gar nicht lustig. Doch seit einigen Jahren wirbt die Stadt sogar mit der Bielefeld-Verschwörung. Hans-Rudolf Holzkampf war bis vor kurzem für das Marketing zuständig. In den ersten Jahren gab es schon ein Problem, und das ist auch eine Generationenfrage. Auch etliche ältere Bielefelder haben heute noch ihre Schwierigkeit damit. Aber ich muss wirklich sagen, inzwischen ist das für uns eine deutliche Hilfe bei der Vermarktung der Stadt, weil jeder, der sich mit der Bielefeld-Verschwörung beschäftigt, setzt sich auch mit Bielefeld auseinander. 2014 feierte Bielefeld den 800. Stadtgeburtstag. Der Slogan? Bielefeld. Das gibt's doch nicht. Die Geschichte von der Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt, inspirierte auch den Filmemacher Fabio Magnifico. Bei Bielefeld fand ich diese Verschwörung. Habe ich gelesen und dachte, wow, das ist wirklich der Stoff, den man für einen Film braucht. Magnifico machte daraus einen ironischen Actionfilm. Die Bielefeld-Verschwörung war für ihn ein guter Witz mit Tradition. Wer glaubt denn wirklich sowas? Doch eines Tages klingelte das Telefon. Am anderen Ende ein unbekannter Anrufer mit einer klaren Botschaft. Gut gemacht, Magnifico. Alle müssen es wissen, dass die Stadt nicht existiert. Und ich war ein bisschen perplex. Natürlich. Wir schütteln den Kopf, wenn wir etwas über tatsächlich abstruse Verschwörungstheorien hören. Und trotzdem irgendwie faszinieren diese Theorien. Und natürlich hat man bei der einen oder anderen das Gefühl, hey, da könnte was dran sein. David Icke zum Beispiel ist ein Verschwörungstheoretiker in Großbritannien, aus Großbritannien. Erst war er ziemlich unauffällig, spielte mittelmäßig Fußball in der vierten britischen Liga. Später war er dann Sportreporter bei der BBC und kurz Pressesprecher bei den britischen Grünen. Doch Anfang der 90er Jahre, da fing er plötzlich an, esoterische Literatur zu lesen. Und nach einem, wie er es sagt, Erweckungserlebnis, bezeichnete er sich als Sohn Gottes. Nach einem Fernsehinterview wurde Icke erst zur Lachnummer in ganz Großbritannien. Und heute pilgern Tausende zu seinen Vorträgen und seine Bücher über die Weltverschwörung sind Bestseller. David Icke. Star-Moderator Terry Wogan begrüßte David Icke 1991 in seiner Fernsehshow. Icke schlenderte im Ballonseidenen Trainingsanzug lässig ins Studio, um Ungeheuerliches zu erzählen. Ich habe in der Zeitung gelesen, Du bist der Sohn Gottes, eröffnet Wogan das Gespräch. Klar, das stimmt. Und wenn Jesus hier vor 2000 Jahren gesessen hätte, dann hätten auch alle gelacht. Aber lachen ist was Gutes. Darum freue ich mich, wenn das Publikum so viel mit mir lacht, fährt Icke fröhlich fort. Sie lachen nicht mit dir, sie lachen dich aus, muss Wogan seinen Studiogast enttäuschen. Nach diesem Auftritt war Icke für Jahre die größte Lachnummer im Vereinigten Königreich. Allein die Erwähnung seines Namens löste Wellen der Heiterkeit aus. Ausschnitte der Sendung von Terry Wogan findet man noch heute im Internet, ebenso wie viele Videos, die Icke selbst reingestellt hat. Die Sache mit der Lachnummer hat ihn sehr gekränkt. Abgebracht hat sie ihn nicht von seiner Weltverschwörungstheorie. Einfach gesagt geht Icke davon aus, die Welt werde von einer geheimen Minderheit gesteuert, die durch die Kreuzung von Menschen mit außerirdischen, reptiloiden Rassen entstanden ist. Diese unbekannten Mächte manipulieren die Welt. Etwa Ereignisse wie den 11. September, um Menschen zu kontrollierten Clowns zu degradieren. Und sie steuern Premierminister und Präsidenten, die nur Marionetten der verborgenen Mächte sind. Es glaubt doch wohl niemand, dass George W. Bush tatsächlich Amerika regiert. Der könnte sich doch nicht mal selbst die Schuhe zubinden. Interessanterweise hat die Idee der Weltherrschaft, der reptiloiden Wesen, über die Jahre viele Fans gefunden. Icke füllt Vortragsseele und schreibt Bücher am laufenden Band. Mit Titeln wie Der Löwe erwacht, jetzt wird die Menschheit endlich frei. Das Buch Und die Wahrheit wird euch freimachen, wird vom deutschen Verlag als unersetzliches Nachschlagewerk der Manipulationen angepriesen. David Icke erkenne nämlich die verborgene Hand hinter so unterschiedlichen Ereignissen wie dem Vietnamkrieg, den Attentaten auf John F. Kennedy oder Martin Luther King und diversen Terrorangriffen. Und er fordert seine Leser auf, sich von den falschen Informationen, mit denen sie seit ihrer Geburt manipuliert worden seien, zu befreien. The vast majority of the population is in an amnesic state, a hypnotic trance, because they have been implanted with false information about themselves and the world ever since they arrived. Das war unsere Korrespondentin Gabi Biesinger aus London über David Icke. Hier ist SWR 1 der Abend. Wir sprechen über Verschwörungstheorien heute in SWR 1 der Abend. Und Almut Fischer aus Remshalden schreibt, ich bin amüsiert, denn auch ich habe in der nicht existierenden Stadt Bielefeld gelebt. Denn ich habe dort studiert und sicher nur in meiner Fantasie sehr schöne Lebensjahre verbracht. Und erst gestern einen Anruf eines noch Bielefelders bekommen. Aber wahrscheinlich existieren ja weder er noch ich. Viele Grüße von dem Ex-Bielefelder-Phantom Almut Fischer. Vielen Dank. Und Jürgen Böhringer aus Böblingen schreibt uns eine interessante Mail. Und zwar sagt er, Hi, Verschwörungstheorien ist ein tolles Thema. Allerdings ist man vielleicht auch recht schnell dabei, auf ein Faktum den Kleber Verschwörungstheorie draufzukleben. Vornehmlich dann, wenn einem der Inhalt nicht so recht in den Kram passt. Ich nehme an, wenn man vor Snowden mit Vermutungen an die Öffentlichkeit gegangen wäre, die besagen, dass wir in immenser Weise überwacht wären, dann wäre sicher gleich die Abhörverschwörung gewesen. Ich denke, es gibt auch Verschwörungstheorien, die sich später als bittere Wahrheit entpuppt haben. Und ich finde, da haben Sie absolut recht. Vielen Dank, Jürgen Böhringer aus Böblingen. Es wäre eins, der Abend ist her. Mit Stefanie Jakob und wir schauen wieder nach Paris. Paris nach dem Terroranschlag. Bei mir im Studio Felix Hügel aus der SWR-Nachrichtenredaktion. Felix, wir haben es ja schon in den Nachrichten gehört, man geht mittlerweile von drei Tätern aus. Gibt es irgendwelche Informationen mittlerweile über die Täter? Ja, die Polizei sucht weiter nach den Attentätern. Und sie hat die Bevölkerung mittlerweile auch um Hilfe gebeten. Und es scheint eher auch so zu sein, als ob sich deren Spur verloren hat. Wer die Männer oder wer die Täter waren, das weiß man momentan noch nicht. Das ist noch nicht bestätigt. In Paris sind jetzt hunderte zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz. Es gibt die Angst vor weiteren Anschlägen. Die höchste Terrorwarnstufe ist ausgerufen worden. Trotzdem sind in Paris, in Straßburg und auch in einigen anderen Städten in Frankreich zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. In Schweigemärschen haben sie der zwölf Toten gedacht. Und auch im Internet, da gibt es mittlerweile nach dem Anschlag eine Welle der Solidarität mit der Satirezeitung Charlie Hebdo. Bei Twitter und bei Facebook, da geben sich zum Beispiel viele Nutzer ein entsprechendes Profilbild. Und es kursieren dort Karikaturen. Unter anderem wegen der dort veröffentlichten Mohammed-Karikaturen hat sich die Satirezeitung ja zum Feind von Islamisten gemacht. Auf einer der Karikaturen im Netz sieht man eine blutüberströmte Ausgabe von Charlie Hebdo. Und aus dem Titelbild ragt ein ausgestreckter Mittelfinger. Ganz nach dem Motto, ihr kriegt uns nicht klein. Frankreichs Präsident Hollande, der hat die Menschen in Frankreich in einer Fernsehansprache aufgerufen, jetzt zusammenzuhalten. Die Botschaft der Freiheit werde weiter verbreitet und verteidigt. Die ganze Republik sei angegriffen worden, alle ihre Ideale. Hollande hat eine dreitägige Staatstrauer angekündigt, in der die Fahnen auf Halbmast wehen werden. Außerdem sollen morgen um 12 Uhr mittags die Menschen einen Moment innehalten. Felix Hügel aus der SWR-Nachrichtenredaktion. Und weitere ausführliche Informationen gibt es natürlich ab 22 Uhr in Aktuell am Abend. Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer. So heißt eines der Bücher von Dr. Thomas Gröter. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Verschwörungstheorien. Herr Gröter, welche Beispiele haben Sie noch für uns? Wer als Verschwörer gilt bzw. wer Verschwörungstheorien in die Welt setzt bzw. setzen soll? Heutzutage natürlich die diversen US-Geheimdienste, CIA und FBI und was es da noch alles gibt. Jetzt natürlich auch die Oberbehörde, die Homeland Security. Denen kann man auch alles mögliche anhängen, weil sie ja letztlich auch davon leben, dass sie Verschwörungen tatsächlich durchführen. Also kann man ihnen auch jede beliebige andere Verschwörung erstmal, sagen wir mal, anhängen. Man kann also sagen, das könnten die gewesen sein. Die haben viel Geld, die haben viel Macht, die haben viele Leute. Und deswegen ist das einigermaßen wahrscheinlich. Jetzt gibt es viele Geheimdienste in der Welt, die alle ihr Geld damit verdienen, dass sie Verschwörungen aushacken oder Verschwörungen der anderen Dienste aufdecken. So hat also jede Verschwörung erstmal eine Grundplausibilität, denn Verschwörungen gibt es in der Welt sehr viele. Sie sind meistens nur nicht da, wo die Verschwörungstheoretiker sie vermuten. Könnte man denn sagen, bei Verschwörungstheorien gibt es eigentlich immer ein zentrales Thema? Also zum Beispiel das Streben nach Macht oder nach der Weltherrschaft? Das muss nicht gleich die Weltherrschaft sein. Eigentlich ist das zentrale Thema immer, dass eine andere Gruppe heimlich versucht, der eigenen Gruppe zu schaden. Und dieses Generalthema lässt sich überall verfolgen. Das können sie also, sagen wir mal, schon bei zwei Steinzeitstämmen haben, wo der eine Stamm den anderen verdächtigt, heimlich das Wild wegzutreiben. Warum heimlich? Ist ganz einfach, weil man nie jemanden gesehen hat, der das Wild wegtreibt, aber die Jagderfolge zurückgehen. Und das kann schon ein Kriegsgrund sein. Heute haben sie das in anderer Form, aber mit den gleichen psychologischen Grundlagen immer noch. Dass also vermutet wird, dass jemand anders heimlich hinter einem Schaden steckt, den man selber hat. Oder dass es eine andere Gruppe gibt, die gerade die Werte, die einem selber besonders wichtig sind, vernichten will. Beispielsweise haben die Umweltgruppen, wenn Sie das mal beobachten, oft Verschwörungstheorien gegen die Industrie. Dass also die Industrie heimlich versucht, Umweltstandards auszuhebeln, heimlich, sagen wir mal, die Umwelt zu verschmutzen, wo sie es offensichtlich nicht mehr tut, dass sie heimlich von Regierungen unterstützt werden. Das finden sie sehr oft. Zumal man ja auch immer wieder dann Müllskandale aufdeckt, dass die Industrie also tatsächlich versucht, eben aus Kostengründen möglichst, sagen wir mal, die Umweltstandards zu dehnen oder heimlich zu umgehen. Und das wird dann auf die Industrie insgesamt, auf die Industrieländer insgesamt umgesetzt. Und dann wird dahinter eben eine zentrale Absprache sozusagen vermutet, dass es also ein Gremium gibt der Industrieländer, dass diese Dinge tatsächlich koordiniert betreibt. Über Verschwörungstheorien sprechen wir heute in SWR 1 der Abend. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man im Internet guckt, was es so alles an Verschwörungstheorien gibt, das ist wirklich auch spannend. Habe nicht mehr aufhören können zu lesen, weil irgendwie ziehen einen manche Geschichten einfach in ihren Bann. Zumal man ja bei einigen natürlich auch denkt, da ist was dran, weil es auch sehr, sehr schlüssig wirkt. Das bekommen Verschwörungstheoretiker sehr gut hin, Herr Krüter, oder? Ja, nicht alle. Aber diejenigen, die ihre Verschwörungstheorien wirklich gut verbreiten, die machen es ganz hervorragend. Und es ist also so, wenn Sie eine gute Verschwörungstheorie verbreiten wollen, dann machen Sie es am besten so, dass Sie 80% Wahrheit nehmen, nachprüfbare Wahrheit. Das schon mal passend aufbauen. Dann lassen Sie einiges weg. Und dann nehmen Sie 10% Dinge dazu, die Sie etwas verändert haben, vielleicht in einem anderen Zusammenhang, vielleicht auch erfunden haben. Und die restlichen 10% sind Vermutungen, beziehungsweise eigene Schlussfolgerungen, die Sie dazwischen mischen. Das fällt überhaupt nicht auf. Damit mache ich Ihnen praktisch jede Verschwörungstheorie einigermaßen plausibel. Gibt es denn eigentlich so etwas wie eine Typologie der Verschwörungstheorie-Entwickler? Kann man das sagen? Ja, es gibt schon eine gewisse Typologie, die man aufstellen kann. Jetzt nur der Entwickler, also nicht der Leute, die daran glauben. Wenn Sie mal fragen, wer an Verschwörungstheorien glaubt, dann werden Sie feststellen, dass tatsächlich sehr viele Leute, also ich behaupte immer die Mehrheit der Leute, an irgendeine Verschwörungstheorie bestimmt glaubt. Wenn Sie lange genug suchen, werden Sie immer irgendwas finden. Sondern es geht jetzt nur um die Leute, die eben die Dinge unters Volk bringen wollen. Die also eine Verschwörungstheorie gefunden haben und dann unbedingt der Meinung sind, jetzt müssen Sie die veröffentlichen. Da könnte man schon eine Typologie aufstellen. Man hat also den einfachsten Typ sozusagen. Das ist derjenige, der seine persönliche Verschwörungstheorie hat, die gegen ihn gerichtet ist. Das sind eigentlich die Leute eben mit dem echten Verfolgungswahn. Das sind die Leute, die auch Verschwörungstheorien aufrichten, von denen sie annehmen, dass die Welt sich gegen sie speziell verschworen hat. Das interessiert die meisten Leute aber gar nicht. Und diese Verschwörungstheorien verbreiten sich meistens auch kaum. Aber das sind die Leute, die dann im medizinischen oder klinischen oder psychologischen Sinne tatsächlich gestört sind. Die anderen Verschwörungstheoretiker, denen man das ja auch oft unterstellt, sind im Allgemeinen geistig völlig gesund. Sie haben da zum Beispiel die Leute, die eine Verschwörungstheorie entdeckt haben und meinen, sie müssten das jetzt unbedingt verbreiten. Die einfach einen Verdacht haben gegen eine andere Gruppe und bauen jetzt Baustein für Baustein ihre Sachen auf und sind davon selber so fasziniert, dass sie meinen, das muss jeder lesen jetzt. Das sind sozusagen die Aufklärer, können sie sagen. Die meinen, dass das unbedingt so sein muss. Dann haben sie die Gurus, die sich einfach in der Bewunderung ihrer Anhänger sonnen. Das ist dann noch eine andere Gruppe, sondern das sind diejenigen, die meinen, ich habe das entdeckt, das ist meins. Und sie freuen sich einfach daran, dass so viele Leute ihnen zustimmen. Das ist ja auch schön, wenn man auf Zustimmung stößt. Und dann haben sie letztlich die gefährlichste Gruppe. Das sind diejenigen, die eine Verschwörung entdeckt haben wollen und jetzt unbedingt dagegen vorgehen wollen. Also die Hexenjäger, die man ja aus der frühen Neuzeit noch kennt, gerade aus der Zeit der Hexenverfolgung, die meinen, sie hätten eine Verschwörung entdeckt und müssen die Verschwörer jetzt ausrotten. Das sind diejenigen, die wirklich auch für andere gefährlich sind. Vielen Dank, Dr. Thomas Grüter. Er ist Arzt und lehrt allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg. Und eines seiner Bücher heißt Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer. Und das war SWR 1 der Abend. Gerade kam die Eilmeldung, dass die französische Polizei drei Täter des Terroranschlags identifiziert haben soll. Das berichtet zumindest die Zeitung Le Monde unter Berufung auf Ermittler. Mehr dazu werden Sie erfahren ab 22 Uhr in aktuell am Abend.